Moin liebe HSV Fans hier auf HSV Fan Talk. Beim HSV geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach der Entlassung von Steffen Baumgart steht die nächste News ins Haus. Ein echter Hammer steht an und was genau es ist, seht ihr gleich. Was ist denn nun genau passiert? Wer Florian Plettenberg, seines Zeichens Sky Reporter, wer ihm folgt auf Twitter bzw. X, der weiß, dass dieser Junge eigentlich ziemlich gut informiert ist, nicht nur beim HSV, sondern rund um die Fußballwelt und was News diesbezüglich angeht. Er hat heute vor ein paar Stunden ja schon gepostet, dass Rüdvan Nistelroi beim HSV ziemlich hoch im Kurs steht und dabei ist, das Rennen zu machen um die vakanten Trainerpost, nachdem Steffen Baumgart ja entlassen wurde. Und ja, nun hat er das Ganze repostet sozusagen von sich selbst mit einem vielversprechenden grünen Haken. Das heißt, er geht wohl davon aus, dass Rüdvan Nistelroi neuer HSV-Trainer wird. Was schon ein ziemlicher Hammer wäre. Damit hätte ich nicht gerechnet, vor allem, dass es nicht so schnell geht. Ich habe ehrlich gesagt das Spiel vom Samstag noch gar nicht richtig verdaut und auch das Aus von Steffen Baumgart, weil ich immer noch ziemlich sauer bin. Auch ein wenig auf Steffen Baumgart, aber in erster Linie auf die Spieler, was die uns da wieder angeboten haben. Das spottet einfach jeder Beschreibung. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht zu viel reden. Wem die News steht jetzt erst mal im Vordergrund, Rüdvan Nistelroi wäre natürlich ein Hammer. Ob es ein guter Hammer wäre oder weniger gut, kann ich noch überhaupt nicht beurteilen. Als Trainer habe ich ihn kaum wahrgenommen. Er war jetzt bei ManU, interimsmäßig für einige Spiele dort Trainer und ist jetzt wieder auf der Suche nach einem neuen Trainerposten. Er hat eine HSV-Vergangenheit. Das fand ich damals schon ziemlich bemerkenswert, dass der HSV diesen Spieler bekommen hat. Er ist ja legendär geworden durch seinen Doppelpack gegen den VfB Stuttgart innerhalb kürzester Zeit. Das befähigt ihn natürlich noch nicht als Top-Trainer für den HSV. Er hat ja auch noch keine allzu große Trainerwieder aufzuzeigen. Von daher lasse ich mich da gerne überraschen, was da auf uns zukommt. Vom spielerischen System habe ich mich da kurz ein bisschen reingelesen. Das, was man halt so auf die Kürze erfahren kann, wenn man so eine News raushauen will. Er ist da wohl recht flexibel, was sein taktisches System angeht. Dreierkette, Viererkette, 3-5-2, 4-4-2. Hat er wohl alles schon spielen lassen. Das heißt, er ist da wohl auch in der Lage, das unseren Spielern anzupassen. Wobei ich immer noch der Meinung bin, Spieler sollten so intelligent sein, mit jedem Spiel einigermaßen klar zu kommen. Vor allem, wenn man es über längere Zeit einstudiert. Das ist bei unseren Spielern scheinbar nicht gegeben. Von daher ist es zumindest mal gut, dass Ruud von Nistelroi scheinbar diese taktische Flexibilität an den Tag legt. Ja, das ist das, was ich jetzt so vor wenigen Minuten gesehen habe. Wenn ich gleich mein Smartphone anschmeiße, wer weiß, vielleicht ist es dann schon bestätigt oder dementiert oder der neue Trainer, ein nächster Trainer wird durchs Dorf getrieben. Tja, schauen wir mal das Ganze an, was da jetzt noch passiert im Laufe des Tages. Vielleicht bekommen wir ganz schnell die Bestätigung. Ja, haut es in die Kommentare. Was denkt ihr von Ruud von Nistelroi? Ihr habt wahrscheinlich auch noch nicht allzu ein deutliches Bild von ihm als Trainer. Aber als Typ, glaube ich, kann man sagen, absolut erfolgsbesessen. Kennen wir ja. Der ist ja nicht umsonst eine Legende bei Manchester geworden. Von daher bin ich dem offen gegenüber. Und natürlich bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Haut es gerne in die Kommentare. Lasst uns da gerne drüber diskutieren. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Tag. Faddi seht ihr dann am Mittwoch im Stream, im Livestream. Und der wird auch noch einiges dazu zu sagen haben. Von daher von meiner Seite aus habt einen schönen Tag. Und lasst uns überraschen, was da jetzt noch kommt. Nur der HSV.